hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of warships und zwar spiele ich heute den tier 10 zerstörer gearing für euch ja natürlich wie soll es anders sein sind wir top tier alles andere wäre auch irgendwie ganz merkwürdig und ja ich bin sehr gespannt was wir hier reißen können gerade die karte ist natürlich für zerstörer gar nicht so verkehrt ganz klar also von dem her mal schauen wir es wieder reißen können die torpedos brauchen nur ein wenig lange bis die nachgeladen haben also von dem her erstmals scouten fahren das ist so das was ich machen will auf der gegner seite drei neuner zerstörer und auf unserer seite vier zerstörer also da ist auf beiden seiten schon power da und wie gesagt ich fahr jetzt einfach mal hier direkt drüber und versuch was aufzumachen gearing ist ja nicht das aller schnellste schiff wie man auch sieht für den zerstörer 36 knoten ist okay aber jetzt auch nicht so dass man sagt alter verwalter das ding läuft mal schnell davon ich denke dass ich jetzt bald mal den ersten die ersten spotten dürfte ich hoffe natürlich nicht dass die kageros mich aufdecken so 20 kilometer torpedos die einem auf einmal so durch die gegend fahren auch eher unschön so ich drehe mal ein bisschen weiter noch hier rein dass ich hoffentlich jetzt dann dementsprechend bald was sehe flugzeugträger ist hier oben mit seinen flugzeug am werk also werden wir hier eher nicht aufgemacht ist schon mal sehr 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 angenehm so die kagero die stört mich mal nicht da kann sich meine shimakase drum kümmern wird sie wohl auch machen so wie es aussieht aber ihr seht wenig action hier aktuell wobei da vorne dann gleich der erste kommen wird und hier aufgehen wird bin ich schon gespannt um wen es sich handelt um die amagi so und wir sehen 16,5 kilometer sind unsere tops natürlich könnte ich theoretisch die jetzt schon nutzen aber das habe ich nicht vor wobei natürlich bin ich jetzt schon offen das heißt hier ist irgendwo ein zerstörer und dementsprechend habe ich jetzt nicht vor mich ihre ganze zeit auf irgendwas auszulassen und wir sehen da kommen schon die ersten schüsse auf uns da ist er auch die amagi die amagi die kagero meine ich natürlich jetzt bin ich auch nicht mehr offen weil die kagero mich nicht mehr scoutet muss ich nur aufpassen dass ich hier schön durch die torpedos durchfahre das ist jetzt gut aufgegangen ja und jetzt schaue ich mal ob ich die find ein bisschen aus dem leben schießen kann dürfte jetzt gleich aufgehen ich muss nur auf die amagi hier drüben aufpassen kann natürlich auch sein dass er rückwärtig aus dem rauch rausgefahren ist durchaus auch denkbar und tatsächlich keiner mehr da also von dem her brechen wir da jetzt die jagd ab unsere tops die sind definitiv mal nicht an irgendeinem ziel angekommen schon wieder entdeckt aber diesmal lassen wir es jetzt dabei gut sein ach da bist du okay wir sehen sie schießt halt schon sehr schnell und dementsprechend geht es auch dann ganz gut und jetzt haben wir schön die torpedos rückwärtig ganz 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 knapp knapper als eigentlich sogar gewollt aber hat gereicht dementsprechend eine kagero weniger und man sieht one and one mit der gearing oder gearing sollte man sie nicht anlegen also auch gegnerische kreuzer haben so die liebe not damit weil die feuer power ist einfach sensationell aber ansonsten sehr ausgeglichenes match bisher gegner hat zwei zerstörer verloren wie einen schlachtschiff und ein kreuzer alles stufe 9 also noch keine tendenz wohin jetzt genau das ganze laufen wird so da ist die iowa die würde ich jetzt aber gern mal ein bisschen nerven kommt aber auch genau frontal auf mich zu hat aber die torte die türme nach backbord ja und dementsprechend glaube ich und habe ich das gefühl wird sie da auch langsam beidrehen das heißt ich habe jetzt vor mir so ein bisschen schräg anzuschießen ah ne dreht auch ab dreht jetzt nach steuerbord auch interessant aber ich kann auch einfach die amagi nehmen ich glaube die rechnet am wenigsten mit einem beschuss ja das mache ich die amagi die wird mein ziel werden schießt der auf die amagi ich hoffe dass die amagi ihren kurs deswegen nicht großartig verändert und da liegen wir jetzt mal einfach mal den teppich aus und hoffen dass wir hier unseren spaß haben werden und jetzt habe ich vor auf die iowa ein bisschen zu gehen deswegen wird jetzt hier der rauch angemacht vollgas gestoppt und jetzt geht's los und wir schießen drauf was so geht da ist natürlich und die amagi hat gestoppt aber nun steht unsere nebelwand und jetzt legen wir halt einfach mit unseren kanonen vor dafür haben wir sie ja und ihr seht dass da schon definitiv was geht in brand gesteckt ja da haben wir gut nerven können so sind jetzt offen spannend nur doch wen oder was es muss noch die letzte verbliebene kagero sein jetzt hat sie sich festgefahren die amagi also da schießen wir jetzt mal weiter drauf auch wenn wir offen sind vielleicht kriegen wir sie ja nochmal angezündet das wäre zumindest ganz schnicke so das war's mehr ist nicht aber viel hit points hat sie nicht mehr so da oben ist noch einiges los da will ich jetzt versuchen zu unterstützen das muss ja unsere shimakaze sein die da oben ihren spaß hat mit der montana de moine also nur die dicken dinge wenn jetzt da noch die hinten burg ist dann hat sie wirklich hier nur die creme de la creme für sich und sie ist es tatsache da bin ich offen durch die flugzeuge da geht einer auch gerade unter jetzt bin ich nicht mehr offen jetzt hoffe ich dass sich das auch so dass das auch so bleibt und jetzt will ich möglichst da ist die kagero jetzt hoffen wir mal dass unsere tops auch dementsprechend kommen ist leider jetzt nicht mehr offen zumindest der fächer war gut aber in den vent einer konnte sitzen ist doch schon mal ordentlich und jetzt wie gesagt müssen wir uns um die kagero da ein bisschen kümmern jetzt machen wir auch mal ein boost an ich will da helfen aber hier ist jetzt eine sehr chronische flugbahn nicht förderlich für eine dd jagd alle knapp dahinter oder davor mir wird ja schon ein ausfall erreichen der konzentriert sich jetzt unglaublich viel auf unseren flugzeug träger natürlich nachvollziehbar würde ich an seiner stelle wohl auch nicht anders machen aber den antrieb kriege ich einfach gefühlt nicht raus so jetzt bekommst ich von hinten wiederum jetzt muss ich auch ein bisschen mal den kurs verändern ihr habt es gehört da von hinten kam schon wieder die schüsse und ich wurde auch so getroffen dass ich sogar ein maschinenschaden erlitten ganz wichtig ist einfach in dem augenblick zu covern und zu helfen wir haben einen gegnerischen zerstörer versinkt so der ist weg und jetzt langsam ist das game ganz klar auf unserer seite jetzt muss man da nichts mehr drüber reden und sagen dass das unglaublich eng ist sondern jetzt definitiv recht klar die ganze angelegenheit wir kämpfen auch gerade schon extrem also jetzt kann man da wirklich gas geben und versuchen noch damage anzubringen aber wie gesagt da passiert nicht mehr viel jetzt fahrt er leider so drauf dass ich ja eh granaten brauch sonst könnte ich wenn er jetzt anders fahren würde könnte ich versuchen noch mal ein zwei zitadellen zu treffen aber leider ist das game jetzt schon rum cap war eigentlich nicht nötig wir schauen mal was es raus gab 300 2000 credits das ist doch ganz ordentlich wir sind platz 1 1744 xp und vom schaden her mit 50.000 gar nicht so viel aber wir haben einfach sehr oder nicht mal 50.000 45.000 aber wir haben eben sehr teamdienlich gespielt und dementsprechend wurde man belohnt und ja das war die gearing ich hoffe euch hat die runde gefallen auch wenn es vom schaden her nicht intensiv war war sie ansonsten glaube ich trotzdem gut präsentiert ich wünsche euch weiterhin alles gute viel spaß bei world of warships euer al karamba ja 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 ja